Mein Mann ist vor zwei Wochen nach Hause gekommen und hat mir ein kleines Geschenk mitgebracht und ich habe es dann ausgepackt und es hat sich dabei um einen Womanizer gehandelt. Was das genau ist, wusste ich zuerst nicht und habe dann erfahren, dass das anscheinend eine ganz ganz neue Erfindung ist auf dem Markt und wir haben das an dem Abend natürlich dann gleich mal ausprobiert und es war wahnsinnig toll, eine ganz ganz neue Erfahrung und ich glaube auch für die Zukunft doch eine schöne Bereicherung für unser Liebesleben. Der Womanizer. Ich würde euch gerne was erzählen über den Womanizer. Ich habe ihn gerade benutzt und mir fehlen noch so ein bisschen die Worte. Meine Festplatte muss sich neu konfigurieren und es haut das Blech weg. Ich habe mir vor kurzem einen Womanizer gekauft. Ja, ich muss sagen, ich war anfangs ein bisschen skeptisch, weil es hieß, es ist kein Bildung, kein Vibrator. Ich muss dazu sagen, dass ich ein Hobby habe und ganz viele Sexspiel-Sachen sammeln. Aber der Womanizer, der ist einfach kein Sextoy. Es ist einfach was ultimatives, neues, total mega erotisches Erlebnis. Es ist kein Sextoy, es ist ein Erlebnis und ich bin total happy darüber, jetzt als Single-Frau den Womanizer zu besitzen. Und wie der Name schon sagt, Womanizer erhält was ja verspricht. Ja, der Womanizer, was gibt es dazu zu sagen? Man kann das nicht in Worte fassen. Es gibt eigentlich gar nicht viel zu sagen. Man muss es ausprobieren. Die Wirkungsweise ist der absolute Wahnsinn. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Es ist eine ganz neue Art, das zu erleben und es ist eine ganz tolle Erfindung und ich kann das nur jeder Frau raten, einfach auszuprobieren. Du musst den Haken. Das geht nicht anders. Womanizer. Lust und gutes Gefühl. Die Worte. Die